Musik Syrien, Tagebuch eines Arztes. Ein Syrer, der in den USA studiert hat und dort als Arzt praktiziert, kehrt nach 30 Jahren zurück, um Kriegsopfern zu helfen. Musik Herzlich willkommen beim Weltjournal. Morgen wird es in Genf wieder einmal gesucht. Eine politische Lösung für Syrien nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg. Wenn sich da zumindest eine Tür öffnet, wäre das für den Sonderbeauftragten Staffan de Mistura schon ein Erfolg. Es gibt nicht viel, worauf er aufbauen kann. Die mit der Türkei und Russland ausverhandelte Waffenruhe ist brüchig. Ja, die Rebellen in Syrien werfen den Truppen des Regimes von Bashar al-Assad gar vor, Beschuss und Bombardements gerade wieder zu intensivieren. Vor allem in Homs und in der Vorstadt von Damaskus. Aus diesem Land kann man weiterhin nur fliehen, wie es Millionen Syrer bereits getan haben. Im Folgenden aber zeigen wir einen, der zurückgegangen ist. Einen Arzt, der sich in den USA eine gute Existenz aufgebaut hat, aber dem Leiden in seiner alten Heimat nicht länger tatenlos zusehen wollte. Guten Morgen, Dr. Bismarck. Guten Morgen, wie geht's dir heute, Margie? Gut, danke. Wie geht es Ihnen? Wann beginnt Ihre Reise? Am 13. Schon nervös? Ein bisschen. Hisham Bismarck arbeitet als orthopädischer Chirurg in Portland, Oregon, im Norden der USA. Mit 18 Jahren hat er Syrien verlassen, um hier zu studieren, und ist geblieben. Ich bin 30 Jahre lang nicht in Syrien gewesen. Ich hatte Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, hierher zu kommen und im medizinischen Bereich tätig zu sein. Ich glaube, es war eine Videoaufnahme von einem Vater, der seinen Sohn getragen hat. Der Arm des Kindes war abgerissen. Das war es, was mich schlussendlich dazu gebracht hat, die syrisch-amerikanische medizinische Gesellschaft zu kontaktieren. Die haben mich an das Krankenhaus in der Türkei weitervermittelt. Was sagt Ihre Frau dazu? Sie hat gesagt... Es ist ein Nervenbündel. Geh nicht über die Grenze. Die syrisch-amerikanische medizinische Gesellschaft ist eine Berufsgemeinschaft syrischer Ärzte in den USA. Die Ärzte haben ein Hilfswerk für ihr bürgerkriegsgeschütteltes Land gegründet. Sie organisieren Gastreisen von Ärzten und versorgen Krankenhäuser in Syrien mit medizinischer Ausrüstung und Medikamenten. Ich glaube nicht, dass das, was ich tue, etwas Besonderes ist, aber ich glaube, dass jeder kleine Beitrag hilft. Wenn ich in dieser Situation wäre, hätte ich gerne jemanden, der mir helfen könnte. Im Krankenhaus in der Türkei fehlt jegliche Ausstattung für komplexe orthopädische Operationen. Hisham Bisma nimmt deshalb einige wichtige chirurgische Instrumente mit auf seine Reise. Vom Theologen Martin Niemöller stammt ein berühmtes Zitat aus der Nazi-Zeit in Deutschland. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. So denke ich über den Konflikt in Syrien. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie an Bord der Turkish Airlines Boeing 737. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Vielen Dank. Ich sehe Syrien. Es ist gerade mal 15 Meter entfernt. Ich sehe Syrien. Es ist gerade mal 15 Meter entfernt. Ich habe heute mit dem Direktor des Krankenhauses gesprochen. Normalerweise haben sie morgen geschlossen, aber da einige Ärzte von auswärts gekommen sind, werden sie das Krankenhaus öffnen. Sie wollen, dass wir schon morgen in der Früh mit der Behandlung der Patienten beginnen. Ich sehe Sie morgen morgen morgen. Untertitelung. BR 2018 Das El-Amal Krankenhaus befindet sich in der türkischen Stadt Reyhanlı an der syrischen Grenze. Es ist das einzige Krankenhaus in der Türkei, das eine offizielle Genehmigung der Regierung hat, Opfer des Syrien-Kriegs zu behandeln. Eröffnet wurde es im Dezember 2012. Mohammed hat Probleme mit seiner Hand. In diesem Finger haben Sie kein Gefühl, richtig? Ja, ich kann den Finger nicht bewegen und er zittert. Welcher? Der Ringfinger. Der Knochen ist verkürzt. Der Knochen ist nach hinten gekrümmt. Ein anderer Arzt hat versucht, es zu richten, aber er hat es nicht geschafft. Wenn du dir das Röntgenbild anschaust, schaut es so aus, als ob ein Finger fehlen würde. Ja. Sie haben meine Hand in zwei verschiedenen Positionen geröntgt. Ich glaube, wir brauchen neue Röntgenbilder. Sie müssen Ihre Hand so hinlegen. Mohammed hat mit der freien syrischen Armee gegen das Assad-Regime gekämpft. Eine Behandlung für ihn wäre in Syrien nicht möglich. Ich habe meinen Kollegen geschützt. Die Kugel hat mich hier getroffen. Ich habe vier Tage gebraucht, um in die Türkei zu kommen. Wenn ich in ein syrisches Krankenhaus gehen würde, würden sie mich töten. Es ist passiert, als ich mit ein paar Freunden unterwegs war. Wenn Assad, seine Armee oder seine Anhänger meinen richtigen Namen kennen würden, würden sie meine Eltern sofort töten, da ich gegen ihn kämpfe. Als wir unsere Revolution gestartet haben, hatten wir keine Waffen. Nur ein paar Plakate und Fahnen mit der Aufschrift, Assad verschwinde. Dann waren überall Raketen, Bomben und Panzer. Wissen Sie, wie sagt man, sie fielen vom Hubschrauber. Assads Armee hat die Bomben auf einen Markt abgeworfen. Die Menschen wollten nur einkaufen und dann wieder nach Hause gehen. Ich habe sie in Teile zerfetzt gesehen. Brot mit Blut, Gemüse mit Blut. Und überall waren Körperteile. Und als das Rettungsteam gekommen ist, haben sie wieder Bomben abgeworfen. Das gesamte Team wurde getötet. Wir haben uns nie als Kämpfer gesehen. Wir sind einfache Bürger. Wir sind keine Terroristen. Wir sind keine Terroristen. Jeder muss das verstehen. Wir verteidigen nur uns selbst. Solche Doppelanschläge sind besonders verlustreich. Ein Kampfjet wirft eine Bombe ab. Und wenn die Rettungskräfte kommen, attackiert er auch sie. Wenn die Sehne hier verkürzt ist, müssen wir diese Sehne an diesen oder diesen Finger übertragen. Ich werde mir den Knochen anschauen und wenn es Probleme gibt, werde ich entweder eine Platte oder einen Draht einsetzen. Wann wird die Operation sein? Entweder am Freitag oder am Samstag. Vor fünf Monaten ist die Studentin Promise aus Syrien geflüchtet. Jetzt arbeitet sie hier als medizinische Helferin. Dieses Mädchen ist aus Aleppo gekommen. Zehn ihrer Freunde sind gestorben. Aber sie lebt. Ich bin seit fünf Monaten hier. 2011 habe ich gerade für meine Bachelorprüfung gelernt. Die Demonstrationen haben begonnen und wir haben uns angeschlossen. Wir haben über ein Netzwerk kommuniziert und ich habe Neuigkeiten über dieses Netzwerk verbreitet. Sie haben mir gesagt, dass mein Name bei den Sicherheitskontrollen steht. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass sie Mädchen bei Straßensperren festgenommen, sie eingesperrt und vergewaltigt haben. Durch eine Kugel getötet zu werden, ist besser, als vom Regime eingesperrt zu werden. Das ist das Symbol der Revolution. Wir werden weitermachen, egal was kommt. Es bedeutet Freiheit. Ich bin in ein Krankenhaus gekommen. Ich habe einen Patienten nach dem anderen untersucht. Ich war überwältigt von der Anzahl der Patienten, die mit sehr komplexen Verletzungen gekommen sind und auch von ihrer menschlichen Seite. Viele Patienten hatten Geschichten zu ihren Verletzungen, die auch zu dem emotionalen Stress beigetragen haben. Man möchte seine medizinische Entscheidung nicht auf Emotionen begründen. Das Wichtige ist, dass er den Daumen bewegen kann, damit er greifen kann. Also werde ich versuchen, eine Sehne von hier zu nehmen und hier wieder einzusetzen. Das ist sehr wichtig, sonst würde er aufhören, die Hand zu benutzen. Sehen Sie, er kann die Hand nicht öffnen. Es war an einem Freitag. Ich war zu Hause mit seinen Brüdern beschäftigt. Er hat andere Kinder auf der Straße gehört und ist nach draußen gelaufen, um mit ihnen zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber da war eine riesige Explosion. Er kann seine linke Hand nicht mehr benutzen. Sein linker Fuss und Rumpf waren voller Granatsplitter. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Gefühle. Ich hoffe, dass Allah ihn und all die anderen Kinder heilt und dass er Syrien rettet. Das Gute ist, dass er sehr jung ist. So hat er bessere Chancen auf Heilung. Am Freitag wird es keine Operation geben, also werde ich ihn am Samstag oder am Sonntag operieren. Wenn wir die Kinder sehen, es ist offensichtlich, dass sie traumatisiert sind. Sie haben ihr Lachen verloren. Es ist sehr schwer, dass sie sich dir öffnen und dir vertrauen. Da war ein kleiner Bub. Er wurde von einem Scharfschützen angeschossen. Und eine Kugel hat ihn hier getroffen und sein Rückgrat durchbohrt. Der kleine Bub muss nun für den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen. Was mich wirklich schockiert hat, ist, dass dieser kleine Bub von einem Scharfschützen angegriffen wurde. Da ist jemand, der durch ein Fernrohr schauen kann und er schiesst auf einen zwölfjährigen Buben. Manchmal ziehen sie auf schwangere Frauen und sie zielen so, dass sie das Baby töten. Was haben diese ungeborenen Kinder im Bauch getan? Was für eine Bedrohung waren sie? Um das El-Amal-Krankenhaus in der Türkei zu erreichen, müssen die Verletzten über die syrische Grenze gebracht werden. Und das ist nicht immer leicht. Ein türkischer Geschäftsmann, der anonym bleiben will, hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht. Möchtest du einen elektrischen Rollstuhl oder so einen? Einen elektrischen? Kleine Kinder mit Amputationen und schweren Verletzungen. Wenn ich solche Kinder sehe, bin ich wirklich erschüttert. Mit 20 Jahren habe ich begonnen, über den Sinn meines Lebens nachzudenken. Ich habe zu mir selbst gesagt, ich möchte den Unterdrückten helfen. Ich stehe um 6 Uhr in der Früh auf und fahre zur syrischen Grenze. Ich nehme sieben Patienten und sieben Angehörige mit. Yasein macht das Tor auf. Ich bin wie eine Brücke von Syrien in die Türkei. Eine Brücke mit einem Krankenwagen. Zuerst den Patienten, zuerst den Patienten. Ich mache heute 10 Fahrten. Bring zuerst den Patienten. Ich werde heute 10 Mal fahren. Ich fahre heute 10 Mal. Gehe zur Seite, nur den Patienten. Ich werde dich erst später mitnehmen. Gehe auf die Seite, zuerst den Patienten. Langsam, langsam. Du, geh wieder hinaus, geh hinaus. Er ist meine Begleitung. Du, geh hinaus. Gott sei mit dir. Die Krücken. Ihr geht zurück und ihr da steigt ein. Und du, setz dich vorne hin. Ich habe nie jemanden bestochen. Zu einem türkischen Grenzbewacher sage ich, du bist ein guter Mensch. Schau dir diesen Verletzten an. Im Namen der Menschlichkeit, lass ihn durch. Wenn du an Allah glaubst, ist das dein muslimischer Bruder. Lass ihn. Wenn du Christ bist, im Namen von Jesus, lass ihn. Wenn du Jude bist, in Moses Namen, lass ihn. Lass ihn einfach durch. Diese Arbeit macht mir Freude. Diese Arbeit macht mir Freude. Ich habe nichts gefunden, das mir mehr Freude bereitet. Nicht angreifen. Viele Opfer in Syrien werden, wenn überhaupt, nur notdürftig behandelt. Die mangelhafte Erstversorgung führt oft zu bleibenden Schäden. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Wir werden gar nichts machen. Nicht angreifen. Die Arbeit hier ist eine körperliche und vor allem seelische Belastung für den syrischen Arzt aus den sicheren USA. Hijam Bisma wird hier jeden Tag mit dem Leid seiner früheren Landsleute konfrontiert. Seine Hilfe ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Musik Musik Wissen Sie, wo der schwarze Koffer mit den orthopädischen Implantaten ist? Musik Neben dem seelischen Stress birgt die Arbeit als Arzt an der syrischen Grenze auch ein enormes Sicherheitsrisiko. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs werden Ärzte und Pflegepersonal gezielt angegriffen. Hunderte sind bei ihren Einsätzen in den letzten fünf Jahren umgekommen. Musik Letzten Monat haben sie ein Auto neben das Krankenhaus gestellt und es ist explodiert. Sie haben uns gesagt, dass sie unser Krankenhaus zerstören werden, während wir die Rebellen behandeln. Musik Wenn sie unser Krankenhaus bombardieren, heisst das, dass es keine Grenzen gibt. Sie töten jeden. Wenn ich das Gefühl hätte, dass wir uns als Ärzte nicht schützen können, könnte ich nicht mehr weitermachen. Musik Einmal ist eine Bombe auf der Strasse eingeschlagen und da war ein Mann. Sie haben ihn zu mir gebracht, seine Milz war draussen. Ich habe den Patienten ohne Narkose operiert. Ohne Narkose, ohne irgendetwas. Ich habe die Milzarterie geschlossen und die Milz wieder in den Körper hineingegeben. Alles, während der Patient bei Bewusstsein war, weil ich ihn retten musste. Wir haben viele aportierte Beine und Arme gesehen, Verletzungen am Bauch und am Brustkorb. Der Brustkorb war offen. Diese Bilder gehen dir nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, dass durch diesen Krieg eine ganze Generation traumatisiert wird. Er wird ihr Leben und ihr Denken beeinflussen. Angst, Hunger und Bomben. Das ist seit über fünf Jahren der Alltag für die meisten Kinder in Syrien. Bereits in den ersten beiden Kriegsjahren wurden laut UNICEF mehr als 10.000 Kinder getötet. Wir sind in den ersten beiden. Er wurde zuerst gemenssinnert. Wir sind in der Mitte von denen geblieben. Er wird in der Mitte von unserem Sprache geblieben. Er wird in der Mitte der Mitte vom Freire zu sein. Es ist in der Mitte von den Hygiensteam. Er wird in der Mitte von Sperren. Die Zentfte ist mir in der Mitte von der Mitte von Sturzum-Boppelmärten. Nach manchen Bombenangriffen müssen wir mehr als hundert Verwunderte behandeln. Eine Bombe ist mit Sprengstoff, Granatsplittern und Metallstücken gefüllt, um möglichst viele Leute zu verletzen. Die meisten Opfer sind Kinder. Wo warst du? Warst du daheim oder hast du auf der Strasse gespielt? Gespielt. Auf der Strasse? Wie heisst du? Ali. Alles wird wieder gut, Ali. Die Patienten kommen mit hohen Erwartungen zu Hisham Bisma. Doch der Chirurg stösst oft an seine Grenzen. Kontrollen und Nachversorgungen sind oft nicht möglich. Das erschwert den Heilungsprozess. Wir konnten den Nerv, der für diese Haltung der Hand verantwortlich ist, nicht reparieren. Also gibt es keine Hoffnung, dass die Hand wieder gut wird? Wir haben einen Sehnentransfer gemacht. Wir haben fünf Sehnen versetzt. Wir haben eine Sehne von hier genommen und hierher versetzt, damit er wieder so greifen kann. Gehen Sie nach Syrien zurück? Wir werden morgen nach Syrien zurückgehen. Wenn Allah es will. Die Kinder zu sehen, hat mich am meisten bedrückt. Wenn es Kinder trifft, da hört es für mich auf. Zehn Monate später. Hisham Bisma ist wieder in die USA nach Portland, Oregon zurückgekehrt. Es sind vor allem die verletzten Kinder, die ihm nicht aus dem Kopf gehen. Er hat selbst zwei Kinder. Meine Kinder verstehen noch nicht richtig, was ich tue. Sie fragen mich, warum in Syrien Krieg ist. Ich sage ihnen, dass manche Leute anderen Leuten Schaden zufügen wollen und dass ich versuche, den Verletzten zu helfen. Das ist ein bisschen besser. Gut gemacht. Sie brauchen Wasser. Ich habe das Glück, dass es mir möglich ist, zu helfen, egal ob wenig oder viel. Das spielt keine Rolle. Was wichtig für mich ist, dass ich irgendetwas mache. Soll ich jetzt abschneiden? Jedes Mal, wenn ich meine Kinder sehe, habe ich das Gefühl, dass ich zurückgehen muss. Nur einen Monat später kehrt Hisham Bisma tatsächlich wieder zurück ins Spital an der syrischen Grenze. Und er muss sich fragen, wie oft er das wohl noch tun muss. Oder kommt wirklich bald das Ende des Krieges, das Ende von Bashar al-Assad oder eine Übergangslösung? Im Weltjournal Plus geht es jetzt gleich um den nützlichen Diktator. Er kann sich erstaunlich lange an der Macht halten, gestützt von Russland, aber vielleicht auch, weil er dem Westen im Großen und Ganzen lieber ist, als die Alternative eines völlig zerrissenen Landes mit einem starken IS und dem, was das für den Nahen Osten und für uns bedeuten würde. Bleiben Sie dran.